Aber wenn nicht, dass sie so viel drauf hat. Nichts gesagt. Oh. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Kurbeln. Kurbeln. Schneller kurbeln. Sehr schief. Schneller kurbeln. Los, 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 los. Arbeiten. Oh Gott, da muss ich noch eins weg machen, ne? Irgendwas, da ist was zum Werfen. Oh, der hat's noch nicht. Oh Gott. Kurbel, kurbel, kurbel. Uh. Oh Gott. Ahhhhhhhh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, 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 ah. Dass Sir Ramon Salazar keine Familie hat, muss Lord Saddler seinen starken Glauben an die Los Illuminados genutzt haben, um ihn dazu zu bewegen, die von seinen ahnenversiegelten Lastplagas zu befreien. Sir Salazar würde so etwas niemals wisslich tun, ich hätte das falsche Spiel des Lords ahnen müssen, jetzt bin ich mitschuldig. Keine Ahnung, was der Lord vorhat, Salazar wurde nur ausgenutzt. Nun ist es spät, Salazar hat die Plage in seinen Körper injiziert. Haben sie erst einmal adultes Stadium erreicht, gibt es kein Zeug mehr. Der Plagerparasit stirbt erst, wenn der Wirt stirbt. Keine Rettung, vielleicht hatte Salazar eine Ahnung von den Plänen des Lords. Ich kann nichts tun, ich diene der Familie Salazar seit Generationen. Ich bin bereit, meinen Dienst bis zum Ende auszuführen. Ah, vom Butler, okay. Ich bin weg. Ich bin weg. Moment, warum kann ich den schieben? Ah, weil dahinter was ist. Ich bin weg. Ah, okay. Hier komme ich durch. Und Drip-Controller. Und Drip-Controller. Wo hat die eigentlich jetzt die Taschenlampe her? Woa. Oh. Oh, wenn sich gleich einer von euch bewegt, war. Ich schwöre bei Gott. Ähm. Oh Gott, solche Dinger, denen war ich immer richtig schlecht. Lauf-Ton. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Was? Als ob die... Controller, tu mir das nicht an. Ui! Oh ne, noch einer. Wie viele stehen denn da... Warum ist der weg? Okay, ich hab irgendwie das Gefühl... Okay, keine Ahnung. Der schmiert gerade alle zwei Sekunden ab, ich glaub. Ja, das hat keinen Sinn mehr. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Ja. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Das... Und... Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, 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 das war's für heute. Ja. Ja, das war's für heute. Ich bin da unten noch. Ja, da kann ich auch aufsteigen. Moment. Ja, den Weg lang komm ich da unten raus. oder darüber und ich muss den ganzen Weg da laufen. Hä? Warte mal. Ich geh einladen daraus. Oh really? Kann ich das nicht kaputt schießen? Doch. WG. So. So. Ist der auch direkt weg. So. Nicht gut, dass der einfach stehen bleibt. So. So. Okay. Okay. Ihr Ficker! Hinten anschleichen ist unfair. Okay, hab ich das Gefühl, das hört nicht auf. Ah, weh auf dich. Geh weg, mach. Ficker! Hör auf damit! Geh mir aus dem Weg! Oh no! Oh, gut, dass ich davon ne ganze Menge dabei hab. Und schon! Geh aus dem Weg! Geh doch! Geh aus dem Weg! 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 Gucken wir jetzt das dritte Ornament, was ich hab. Geh aus dem Weg! Ich hab keine Ahnung, wofür die sind. Geh aus dem Weg! Da! Geh aus dem Weg! Geh aus dem Weg! Okay, whatever. Oh, Ashley. Erstmal speichern. Dann können wir mit der Gruselbahn fahren. Einsteigen. Geht die wilde Fahrt. Allaher. Allaher. Ziegenkopf habe ich. Das Ding habe ich natürlich auch. Alles klar. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Das Ding habe ich natürlich auch. Okay? Ich habe schon mal die Räuche. Ich habe die Räuche. Fuck! Das ist okay. Geht's noch weiter? Alter. Okay. Hallo, Bade. Ich dachte schon, du wolltest nicht mehr gucken. Schon fast enttäuscht. Was ist da von da? Okay. Wem hast du denn Besuch bekommen? 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 Ich bin Besuch. Nein. Oh nein. Kann ich dem das Ding aus der Hand schießen? Mal hier stehen. Was ist da? Es ist eine Trap. Oh, nein. Oh, nein. Komm ich hier raus? Komm ich hier raus? Oh, jetzt wartet mal eine ganz kurze Sekunde. Das soll ich vielleicht nicht machen. Oh, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert, oder? Fuck. Nicht tun, böse. Ey, das ist es nicht. Ähm. Problem, komm ich hier raus? Was ist, wasser? Untertitelung. BR 2018 Er hat nichts am Rücken, ne? Ich kann die doch abschießen. Ah, okay. Böse. Nicht tun. Nein. No, 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 no. Das ist jetzt richtig Arsch. Okay, Moment. Ich muss die beiden wegmachen, sonst bin ich gleich tot. Oh Gott, ist der schnell unterwegs. Stürbst du auch irgendwann mal? Danke. Ach komm schon! Komm schon! 1 Oh my god Oh my god oh 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 Oh, fuck me. Weg von mir. Alles klar. Loll, ach komm schon. 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 Okay. Bleib mal hier stehen. Nimm mich mal da drauf. Macht gar nichts. Macht nichts. Das ist es nicht. Müsst es ja die beiden sein. Warte. Ja, auch nicht. Hä? Ach, Moment. Muss ich die... Ich muss die alle vier machen, ne? Aha. Gibt's ihn. Okay. Ich weiß, welche Tür sind jetzt aufgegangen? Ach da. glaub ich. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Warte mal, warte mal, warte mal. Stopp. Langsam, langsam, langsam mal. Ah, easy. Ich dem auch einfach hinterher rennen können. Wahrscheinlich, ne? Wait. Oh, der andere Kelch. Hey. What? Wo? Hä? Moment. Kann ich die abschießen? Müsste ich doch eigentlich. Nee, nicht sehen. Ah, egal. It's down. Komm rein. Komm rein. That's safe. Easy. So. Oli, wo kommt ihr denn gerade her? Was habt ihr da in der Hand? Beide sind noch Schildträger. Eine Sense in der Hand? Nee. Eine Sense in der Hand. Alles klar. Aber weißt du was? Einfach den hier. Puste dir. Nate ins Gesicht. Und die, die da auf mich zugerannt kommen. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, ich hab dich getreten. Warum lebst du noch? Ah, ich hab dich getreten. Oh, ich hab dich getreten. Langsam könnte der Händler-Dude aber mal wieder da sein. Wo ist denn der hin? Alles klar. Du bleibst mal hier stehen. Das sieht sehr nach Bossfight aus. Ja, und da fängt mein Controller an. Ich hab dich getreten. Okay. Ich gehe. Oh, bitte nicht die Unsichtbarkeitsfücher. Alter, lass das sein. Haha. Entschuld. Bleib liegen. Fuck. 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 wow das war groß grünes Auge, grünes Auge, blaues Auge, ah ist klar, rotes Auge, noch ein rotes Auge schade oh lol, hier geht das nice äh, ich raus, oder? nee, hier ist ein Hebel da liegen noch Sachen alles klar, rotes Auge grünes Auge, alles klar, nehme ich gerne, danke und da ist der Händler, Dude jetzt muss ich aber richtig viel Kohle haben eigentlich was brauche ich alles nicht, Gewehr brauche, hä, wieso kann ich noch ein Gewehr kaufen? nee, das ist, au, äh, alles klar alter, die Lampe bringt 32.000 alles klar, nämlich schrotgewehr das ist auch großartig, das kann sehr durchschlagskräftig hm, ich habe aber schon ein Schrotgewehr eigentlich erste Hilfe Spray brauche ich auf jeden Fall erster direkt noch eins denk what do you buyin? is that all str- hehehe is that all hehehe is that hehehe thank you is that all hehehe is that all hehehe thank you hehehe Is that all? Heheheheh, thank you. Come back any time. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy? If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Shit. Ich seh dich. Oh, der geht weg. Äh, dann ist mir egal. Oh nein. Ach nee, leck mich am Arsch. Oh, das war knapp. Ich seh dich. 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 Oh shit. Nein, nein, nein. Geh weg. Wow. Alter, das für Schaden gemacht. Fick dich. Nein. Was ist jetzt hier oben hin? Oh ja, tust du. Das ist aber doof. Das ist aber doof. Lol. Als ob. Wow. GG, ich bin tot. Okay, ich bin nicht ganz tot. Okay. 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 No! Gott sei Dank, Mann, gibt's ein Sturmgewehr. Gott sei Dank, Mann. Gott sei Dank, Mann. Muss ich hier irgendwas abschießen? Hier ist eine Leiter. Was sind da Holzblocki? Kann das sein? Da ist zum Beispiel einer. Dank dem Einsatz der Novistadors konnten wir Ashley fangen. Wir bereiten uns so schnell wie möglich aufs Ritual vor und nehmen Ashley als Mitglied der Los Illuminados auf. Er will, kann sich, während wir uns vorbereiten, um unseren amerikanischen Freund kümmern. Wir können unseren Freund wenigstens eine Zeit lang aufhalten, wenn wir die Zahnräder im... Ja, okay. Wenn wir sie in drei Stellen blockieren, müsste die Zeit rechnen, um uns aufs Ritual vorzubereiten. Jetzt geht's los und dann... Warum legst du einen Zettel hin, wo draufsteht? Ey, wir haben die Zahnräder blockiert. Die musst du nur wegmachen. Dann kannst du uns hinterher rennen. Wo wir es? Ja, ich muss halt wieder runterklettern. Warte mal, da ist ein... Kann ich mich hier austreffen? Drüben. Wo ist der letzte? Da unten. Geht. Dann komm ich nicht ran. Vielleicht doch. Ne. Jetzt gehen wir jetzt nicht von der Seite, vielleicht von hier. Nope. Ach, Mann. Wo geht der jetzt hin? Hier. No. No. Beste Grafik ever. Das ist nicht cool. Geh mir nicht auf den Keks. Halt. Geh mir nicht auf den Keks. Hallo? Wieso kann ich... Ich kann ihn nicht treffen. Da ist er. Oh Junge. Ja sicher. Ich bin tot. Stirb. Komm. Hör drauf. Oh mein Gott. Das hat nach. Fuck yo. Oh mein Gott, hier bin ich reingegangen. Irgendwo konnte ich noch eins nach unten. Was war denn das? Ah da. Jaaa, natürlich. 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 Ja natürlich. Natürlich. Hat er dynamit. Oh, von hinten kommt der auch schon. Das ist jetzt ungünstig. Oh, von hinten kommt der auch schon. Ja, sicher. Jungs, unfair. Oh, es hat den einen nicht erwischt. Oh, es hat den nicht erwischt. Oh, es hat den nicht erwischt. Okay, ja, ist gut. Oh, es hat den nicht erwischt. 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 Was? 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 Hat er! Nope. Lass den Raketenwerfer. Was? 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 Oh no. Zwei von den Typen. Okay. Gucken, was ihr so von Raketenwerfern haltet. Was? Achso. Den kann man nur einmal benutzen. Das ist ja doof. Egal. Hä? Wieso lebt er noch? Achso, Sön! Gucken, 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 Gucken! Oh! Morirás, video. Morirás, video. Ah! 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 Yeah! Ah! 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 Ja ja ja! Zuplex! Boom! Und zuplex! Oh! 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 Immer rein damit! Oh! Leon! Hehehehe Mr. Kennedy Don't you know when it's time to throw in the towel? No! Ach komm schon! Hm. Where's the satisfying sound of one's impairment? Don't fall for this whole trick! How dare you! No more games! Kill him! Kill! No more games! No more games! No more games! No more games! I need your hand to dispose of you! Your right hand comes off? Hm! Say whatever you please! Ah! No more games! Ah! No more games! No more games! No more games! No more games! What are you buying? What are you buying? Hm. Hm. Egal. Come back anytime! Echt genau drauf klettern. Erstmal noch einer umschauende Linie. Okay. Komm ich da ran? Hä? Hast du noch was dabei? Nö, du, nö, okay. Dann hochklettern. Ja, komm, zeig dich. Okay, dann bleib halt da, wo du warst. Ein Pfeil, der nach rechts zeigt. Ah. Wait. Wait a minute. Soll ich vor dem Weg laufen? Der Plan. Shit. Nicht gut. Und... Jetzt... ...